So, da sind wir wieder und jetzt wollen wir mal die dunkle Seite spielen, also wollen wir auch zur dunklen Seite. Ich habe gelogen, als ich dir gesagt habe, der Klonprozess wäre noch fehlerhaft. Du hast die letzte Prüfung absolviert. Womit kann ich euch zu Diensten sein, Meister? Nimm diesen Raumjäger, durchsuche jeden Winkel der Galaxis, finde auch den letzten Rebellen und vernichte sie. Wie ihr befehlt. Nimm den Raum. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war also das böse Ende. Dann bis die Tage. Tschö.